Wir begrüßen jetzt aus der DDR eine sehr sympathische Gruppe. Zum ersten Mal im ZDF die Gruppe Wir. Ihre Musikrichtung liegt zwischen Soft und Heavy, also totale Gegensätze. Sehr leise auf der einen Seite und dann wieder hochgradig verstärkt. Sie bewegt sich doch, sie bewegt sich noch, dass sie uns für immer hält, halten wir die Welt. Doch groß ist die Erde noch und dass man alles dafür tun muss, damit diese Erde eine Rögelherde bleibt. Wie, wiepectioner Erde bleibt. Der Themenkreis reicht von poetischen Liedern über politisch engagierte Songs bis hin zu Alltagstexten. In der DDR zählen Sie zu den beliebtesten Formationen, hoffentlich auch bald bei uns, wir!